Dies ist die Geschichte eines Wanderers zwischen den Welten. Eines Tieres, das aus seinen weiten Reisen fast jedes Hindernis überwinden kann. Bis auf eines. Uns Menschen. Der Lachs. Kennt fast jeder von uns. Vom Teller, aus dem Restaurant, von der Fischtheke, aus der Sushi-Bar. Wir lieben Lachs. Gegrillt, gebraten, geräuchert. Aber was essen wir da eigentlich? Der Lachs ist ein Lebewesen, ein Muskelpaket, ein Ausnahmetalent. Lachse kämpfen jeden Tag ihr ganzes Leben lang. Inzwischen ums nackte Überleben. Er ist vom Aussterben bedroht. Der echte, der wilde Lachs. Für uns nicht sichtbar spielt sich unter der Wasseroberfläche eine Katastrophe ab. Warum sind uns Fische so egal? Weil sie nicht um Hilfe rufen können? Und wir sollten endlich zuhören. Das Leben aller neuen Lachsarten beginnt im Süßwasser. Auch bei uns in Deutschland waren Lachse einmal heimisch. Noch vor 100 Jahren war der Rhein der bedeutendste Lachsfluss Europas. Aus ihren Geburtsflüssen wandern die meisten Lachsarten ins Salzwasser und verbringen dort den Großteil ihres Lebens. Der atlantische Lachs zum Beispiel durchschwimmt die gemäßigten bis arktischen Gewässer des Atlantiks. Andere Arten bevorzugen die kalten Regionen des Pazifiks. Doch mindestens einmal im Leben treten alle Lachse eine spektakuläre Reise an. Von den unendlichen Weiten des Ozeans geht es zurück in ihre Heimatflüsse. An einem davon, dem Campbell River auf Vancouver Island an Kanadas Westküste, bin ich mit der Biologin und Lachsforscherin Dr. Alex Morton unterwegs. Alex. Alex erforscht hier seit über 30 Jahren das Leben von wilden Lachsen. Es ist Spätsommer, die Zeit der Lachswanderungen. Eigentlich sollten hier jetzt Hunderttausende von Lachsen den Fluss hinaufziehen. Wie war das hier früher, als du mit deiner Arbeit angefangen hast? Einen Fluss wie diesen konnte man schon von Weitem riechen. Noch tief in den Wäldern roch man den Fisch. Es roch nach Leben, man hörte Raben und Adler oder begegnete Bären. Im Fluss selbst hat es gebrodelt und gespritzt. Es war ein ganzer Fluss aus Fischen. Wie lange ist das her? Seit etwa fünf Jahren sind die guten Lachszeiten vorbei. Dieses Jahr ist es schockierend. In manchen Flüssen gab es früher 90.000 Lachsrückkehrer. Heute sind es vielleicht noch zehn. Die Gegend rund um den Camper River nennt man auch das Lachszentrum der Welt. Alle fünf pazifischen Hauptarten durchwandern in den Sommer- und Herbstmonaten den Fluss. Jetzt ist die Zeit der Buckellachse. Es ist die am weitesten verbreitete Lachsart in Kanada. Doch auch sie macht sich rar. Wir treffen Tavish Campo, einen erfahrenen Unterwasserfilmer. Er weiß, wo wir eine Chance haben, wenigstens ein paar Rückkehrer zu finden. Da drüben gibt es vor einer engen Bucht eine tiefe Stelle, an der sich eine Gruppe von Buckellachsen aufhält. Sie sind kleiner als andere pazifische Lachse und mögen ruhigeres Wasser. Dort versammeln sie sich und machen sich bereit zur Paarung. Noch haben die Buckellachse eine strapaziöse Reise vor sich. Sie wiegen jetzt etwa zwei Kilo und müssen sich ständig stromaufwärts bewegen. In diesem Pool können sie kurz ausruhen und Energie tanken. Ein idealer Ort, um ihnen nahe zu kommen. Aber nicht zu nah. In meinem Neopren könnte ich die Lachse an einen Seehund erinnern. Und der wäre eine Gefahr. Um sie so wenig wie möglich zu stören, bleibe ich an der Wasseroberfläche. Es sind die Männchen, die namensgebend sind. Nur sie bekommen den charakteristischen Buckel gegen Ende ihres Lebens. Auf dem Rückweg finden wir frische Lachskadaver. Wertvolle Untersuchungsobjekte für die Wissenschaftlerin Alex Morton. Sie helfen ihr herauszufinden, warum immer weniger Lachse zurückkehren. Seit Jahrzehnten untersucht die Biologin verendete Raubfische aus sämtlichen Flüssen von Vancouver Island. Ein Kadaver ist ein Buckellachsweibchen. Dass Lachse so kurz vor ihrem Ziel, den Laichgründen sterben, ist ungewöhnlich. Ist sie eines natürlichen Todes gestorben? Die gelbe Farbe der Haut deutet darauf hin, dass sie vermutlich mit dem sogenannten PRV, dem Pessin-Reo-Virus, infiziert war. Ich will wissen, wie sich Lachse mit diesem Virus anstecken und wie es sich auswirkt. Noch vor Ort beginnt die Wissenschaftlerin mit der Untersuchung. Für ihre Studien benötigt Alex Organproben. Viele der mit dem Reo-Virus infizierten pazifischen Lachse sterben an Leberversagen oder Blutarmut. Im Fall dieses Weibchens, kurz vor der Fortpflanzung. Das ganze Leben von Lachsen ist darauf ausgerichtet, Nachwuchs zu zeugen. Es ist wirklich eine Tragödie, dass aus den Eiern dieses Weibchens keine Babys mehr werden. Wenn Buckellachse im Campbell River schlüpfen, bleiben sie nur für ein paar Tage am Ort ihrer Geburt. Sobald die Lachskinder rund drei Zentimeter groß sind, gehen sie auf Wanderschaft. Ihr Ziel, der Nordpazifik. Im kalten und futterreichen Salzwasser fressen sie sich groß und stark. Nach etwa 18 Monaten werden sie auf eine Größe von rund einem halben Meter herangewachsen sein. Dann kehren sie an den Ort ihrer Geburt zurück. Doch ihre Heimreise ist gefährlich. Ihr Rückweg führt sie an zahllosen Fangflotten vorbei. Die ziehen mit ihren riesigen Netzen Unmengen an Fisch und anderen Meeresbewohnern aus dem Ozean. Fast die Hälfte des weltweiten Fangs verendet als sinnloser Beifang. Wieso ist uns bei Fischen egal, was an Land undenkbar wäre? Würden wir je tolerieren, dass ganze Wälder und deren Bewohner vernichtet werden, nur weil wir einen Rehbraten auf unserem Teller haben wollen? Würden wir stillschweigend akzeptieren, dass Umweltgifte, Müll und andere toxische Substanzen mitten auf Feldern und Wiesen entsorgt werden? Wir entnehmen dem Meer alles und geben lediglich unseren Dreck zurück. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Auch der Klimawandel setzt den Lachsen Kanadas zu. In Teilen des Nordpazifiks herrscht eine marine Hitzewelle, die massive Auswirkungen auf die Hauptnahrungsquelle der pazifischen Lachse hat. Tierisches Plankton, wie zum Beispiel Krill, verschwindet. Die Raubfische finden im Ozean immer weniger zu fressen. Das wiederum hat Konsequenzen für die Tierwelt. Über 100 Arten sind hier von den Lachsrückkehrern als Proteinquelle abhängig. Darunter auch Grizzlybären. Die Bären hungern. In einem besonders betroffenen Gebiet wurde deshalb im Herbst letzten Jahres Lachs gezielt an Grizzlys verfüttert. Eine Hilfestellung vor dem Winterschlaf. Doch manche haben kaum noch eine Chance. Die kanadische Provinz British Columbia veröffentlicht schockierende Zahl. Im Jahr 2019 kehrten so wenige Rotlachse wie noch nie in ihre Heimatflüsse zurück. Auch die Zahlen des grössten und stärksten pazifischen Lachses, des Königslachses, sind rückläufig. Bilder wie diese scheinen der Vergangenheit anzugehören. Schwärme von Lachsen, die gegen alle Hindernisse ankämpfen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Tiere schon tausende von Kilometern zurückgelegt haben und eigentlich am Ende ihre Kräfte sind. Kurz vor dem Erreichen ihres Geburtsortes beginnt dann eine der wundersamsten Verwandlungen im Tierreich. Bei Rotlachsen wird sie besonders deutlich. Ihr Kiefer wird länger. Hakenzähne brechen durch. Die roten Pigmente aus ihrem Fleisch wandern in die Haut. Die Fische fangen an, rot zu schimmern. Ein weiterer, enormer Energieaufwand für die Tiere. Am Oberlauf des Flusses werden die Rotlachse ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Die Weibchen schlagen dafür eine Grube in den Kies und legen dort ihre Eier ab. Die Männchen befruchten das Gelege. Nach dem Liebesakt sterben pazifische Lachse. Denn ihr Lebenszweck ist erfüllt. Am Ort ihrer Geburt haben sie einer neuen Generation das Leben geschenkt. Doch selbst nach ihrem Tod sind Lachse wichtig für das gesamte Ökosystem. Ihr Aas nähert das Leben. Das will mir die Biologin Dr. Alex Morton zeigen. Wir sind zurück am Campbell River. Direkt vor uns taucht plötzlich ein junger Schwarzbär auf. Er wittert Beute. Und tatsächlich, er findet einen Lachskadaver. Er verschwindet damit im Wald. Kurz danach machen wir uns auf die Suche nach den Überresten. Da ist was. Der Fischkadaver zersetzt sich hier im Wald. Seine Nährstoffe sickern langsam in den Boden und wandern über die Wurzeln hoch bis in die Baumwipfel. Lachse sind Dünger für den Wald. Sie transportieren wichtige Nährstoffe aus dem Meer weit ins Landesinnere. Zum Beispiel Phosphor und Stickstoff. Beide marinen Ursprungs, beide Mangelware im Ökosystem Westkanadas. Was passiert mit dem Ökosystem, wenn eine Schlüsselspezies wie der Lachs fehlt? Wenn wir Lachse verlieren, ist das so, wie wenn jemand den Strom für dein Haus kappt. All die Energie, die dafür gesorgt hat, dass du es warm hast, es dir gut geht und du gedeihen kannst, ist weg. Lachse sind absolut lebenswichtig, weil sie den Ozean mit diesen Wäldern verbinden. Lachse sind entscheidend für die Natur Westkanadas. Und sie sind die Lebensgrundlage der Ureinwohner des Landes, der First Nations. Ich bin mit Mike Willey vom Stamm der Kwik-Wazutinuch verabredet. Wir befinden uns an einem Ort, an dem vor einigen Jahren noch bis zu 600.000 Buckellachse durchgezogen sind. Heute ist der Fluss leer. Für die küstennahen First Nations ist das auch ein kultureller und spiritueller Verlust. Das Sterben der Lachse zerreißt mir das Herz. Der Lachs hat unsere Leute verbunden. Er war der Mittelpunkt bei unseren Versammlungen, unseren Zeremonien, unseren Festen. Er war das Grundnahrungsmittel der First Nations Kanadas. Für unsere Gesundheit ist es wichtig, weiterhin Lachs zu essen. Es ist in unserer DNA verankert. Immerhin essen wir Lachs seit über 30.000 Jahren. Das Zuhause von Mike und seinem Volk sind die Inseln des Broughton-Archipels vor Vancouver Island. Hier bin ich jetzt mit Alex Morton unterwegs. Seit über drei Jahrzehnten erforscht die Wissenschaftlerin den Rückgang der Lachse und hat einen Hauptschuldigen ausgemacht. Lachsfarmen. Es gibt hunderte solcher Zuchtlachsbetriebe in den Fjorden von Vancouver Island. Die meisten sind in der Hand von drei norwegischen Grosskonzernen. In ihren Gehegen schwimmen atlantische Lachse. Sie lassen sich leichter in Masse züchten als die hier heimischen pazifischen Arten. Doch die Zuchtlachse aus dem Atlantik bringen Gefahren mit sich. Krankheitserreger wie zum Beispiel das Reovirus. Folge des Virus ist, dass den Fischen das Atmen schwerfällt. Deshalb haben sie wohl vier von diesen Luftsprudlern in jedem Gehege. Bei vielen Lachsen sind die roten Blutkörperchen so stark beeinträchtigt, dass sie extra Sauerstoff brauchen. Alex erforscht die Auswirkungen der Zuchtbetriebe auf Wildlachse und das Ökosystem. Seitens der Farmen wird gemauert. Die Wissenschaftlerin bekommt keinen Zugang. Will sie den Fisch auf das Virus testen, muss sie sich anders behelfen. Alex sammelt Fleischstückchen und Kotreste von den Zuchtlachsen. Im öffentlichen Gewässer ist das legal. Ich teste alle paar Monate, was aus den Farmen herauskommt. Das können sie mir nicht verbieten. Bei dieser Farm konnte ich das Reovirus mehrfach nachweisen. Irgendetwas Fragwürdiges scheint hier vor sich zu gehen. Wir entdecken einen großen Tank. Die Firma auf dem Schriftzug stellt ein chemisches Mittel gegen Parasiten her. In so einer Farm gibt es eine Million Fische? Ja, ungefähr. Wenn man so viele Fische auf so engem Raum hält, macht man es Viren extrem leicht. Sie vermehren sich explosionsartig. Es ist wie eine Suppe aus Krankheitserregern, die sich im Wasser verbreitet. Und pazifische Lachse müssen auf ihren Wanderungen an den Farmen vorbei. Die gesamte Küste ist Teil ihrer Wanderroute. Und Wildlachse kriegen das Virus genauso wie Zuchtlachse. Unterwasserfilmer Tavish Campbell arbeitet seit Jahren mit Alex zusammen. Er wird jetzt weitere, frische Kotproben für die Wissenschaftlerin sammeln. Dafür muss er so nah wie möglich an die Zuchtfarm herantauchen. Auch das ist legal, solange er weder Netze noch Fische berührt. Unterwasser wird schnell klar, warum sich Wildlachse mit Krankheiten aus den Farmen anstecken. Die Netze sind offen. Aus einer von PRV betroffenen Lachsfarm können bis zu 65 Millionen Viruspartikel pro Stunde austreten. Das hat eine aktuelle Studie ergeben. Den Lachsen in den Netzen setzen neben dem Virus auch andere Krankheiten zu. Seit Jahren sammelt Tavish Campbell schockierende Aufnahmen von deformierten oder verletzten Zuchtlachsen. Je tiefer Tavish taucht, desto schmutziger wird das Wasser. Es ist ein regelrechter Blizzard aus organischen Partikeln, Exkrementen und Futterresten. Heringe versammeln sich an den Netzen und fressen den Fischabfall. Alles, was übrig bleibt, landet irgendwann auf dem Meeresgrund. Und das hat Auswirkungen auf die Umwelt. Der nährstoffreiche Abfall erstickt auf dem Boden lebende Organismen und reduziert den Sauerstoffgehalt im Wasser. Unter den Netzfarmen entstehen biologische Todeszonen. Oh my God! Oops! That looks juicy. Thank you. Right, you're some poop. Oh my goodness. Alex Morton wird die frischen Kotproben in ein Labor geben. Ihre Tests muss sie mit Spendengeldern finanzieren. Ich habe beinahe jede Farm in der Gegend untersucht. Wir wissen, dass die Exkremente Viren enthalten. Aber nicht nur die Exkremente. Ein Fischverarbeitungsbetrieb im nördlichen Teil Vancouver Islands. Hier entstanden diese Aufnahmen von Tavish Campbell. Blut von Schlachtfischen, das ungefiltert in den Ozean abgepumpt wird. Alex Morton hat dieses Blut getestet. Es enthielt das Reovirus. Das Fatale? Der Betrieb liegt auf einer der Hauptwanderrouten von pazifischen Lachsen. Dass Fischabfall ins Meer abgepumpt wird, ist legal in Kanada. Selbst wenn das Blut mit Viren belastet ist. Das grundlegende Problem aber bleibt, dass überhaupt Lachse in den Netzen der Zuchtfarmen schwimmen, die das Virus in sich tragen. Warum lässt die kanadische Regierung das zu? Seit über sieben Jahren kämpfe ich vor Gericht, dass sich die kanadische Regierung an ihre eigenen Gesetze hält und Zuchtlachse auf das Reovirus hin überprüft. Im US-Bundesstaat Washington ist es zum Beispiel strikt verboten, mit PRV-infizierten Lachs in Unterwassergehegen zu halten. Das Resultat? Die Netze der Farmer bleiben leer, weil all ihre Zuchtlachse das Virus in sich tragen. Würde auch Kanada sich an die eigenen Gesetze halten und keine infizierten Lachse ins Gehege lassen, wäre auch bei uns die Zuchtlachsindustrie am Ende. Und davor hat man Angst. Denn der globale Hunger nach Lachs wächst ständig. In Deutschland liegt Lachs seit Jahren auf den Spitzenplätzen der beliebtesten Speisefische. Doch das war nicht immer so. Noch in den 1960er Jahren ist Lachs teuer. Ein Essen für die gehobene Gesellschaft, etwas ganz Besonderes. Dann entstehen die ersten Zuchtfarmen. Lachs wird erschwinglicher. Doch der Preis allein ist noch kein Verkaufsargument. Er muss raus aus der Dose. Der geniale Marketing-Schachzug, die Besonderheit des Fisches, das rosa Fleisch zur Schau stellen. Nämlich in durchsichtigen Vakuumverpackungen. Das war vor etwa 15 Jahren. Und seitdem nimmt die rosa-rote Erfolgsgeschichte ihren Lauf. Die Verkaufszahlen schießen in die Höhe, die Fischindustrie eröffnet bald eine Lachsfarm nach der anderen und die Preise für den Raubfisch sinken. Aus dem exklusiven Speisefisch ist ein Massenprodukt geworden. Der Lachs auf unseren Tellern stammt zu 90% aus norwegischer Aquakultur. In den Netzgehägen schwimmen geschätzt fast eine halbe Milliarde Zuchtlachse. Das Land ist der grösste Zuchtlachsproduzent der Welt. Norwegens Fjorde sind übersät von mehr als 1000 Lachsfarmen. Zu einer von ihnen bin ich jetzt unterwegs. Grieg Seafood in der nördlichsten Provinz Norwegens. Es ist Winter, die Sonne zeigt sich nur für wenige Stunden im Zwielicht. Grieg Seafood ist einer der weltweit grössten Lachseproduzenten. Im Jahr 2020 will man 100.000 Tonnen, also 25 Millionen Lachse, verarbeiten. Und hier fängt alles an. In der Brutstation. Nach unzähligen Anfragen und ebenso vielen Absagen haben wir tatsächlich jetzt eine Farm gefunden, die uns drehen lässt. Ich bin mit dem PR-Manager von Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, verabredet. Er bringt mich in die Kinderstube der Station. In diesen unscheinbaren grauen Boxen ist Leben. Mehr als zwei Millionen frisch geschlüpfte Lachsbabys wachsen hier heran. Rund 35.000 pro Box. Wie alt sind diese Babys? Vier oder fünf Tage. Und sie ernähren sich vom Dottersack? Ja, sie haben für die nächsten zwei Monate ihr Essen selbst mitgebracht. Die Eier kommen bereits befruchtet in der Brutstation an. Obwohl sie genetisch optimiert sind, kommt es auch zu Fehlentwicklungen. Tote oder deformierte Babys werden abgesaugt und entsorgt. Die Lachseier bezieht man hier von zwei Herstellern. Benchmark aus Großbritannien und Aquagen, der zu einem deutschen Großkonzern gehört. Die beiden Hersteller kontrollieren den weltweiten Gehmpol von Zuchtlachsen. Der Eihersteller will das Beste für den Fisch. Man will einen Fisch, der gesund ist. Und man will einen Fisch, der schnell wächst. Nach rund 60 Tagen sind die Lachse groß genug für die zweite Station ihres Lebens. Sie kommen in grössere Süsswassertanks. Die Wassertemperatur und der Sauerstoffgehalt werden per Computer überwacht und gesteuert. Die erste Nahrung der Raubfische besteht aus einem proteinreichen Mix von pflanzlichen Rohstoffen und Fischmehl. Damit fressen sich die Lachse rund 200 Gramm an. Das dauert hier in Finnmark ungefähr zehn Monate. Anschließend werden die jungen Fische an Salzwasser gewöhnt und kommen schließlich ins Gehege im offenen Meer. Wir machen uns auf den Weg zu einer von 30 Lachsfarmen von Grieg Seafood in Norwegen. Die Netze werden konstant mit blauem Licht bestrahlt. So wachsen die Fische schneller. Rund um die Uhr werden die Lachse von Kameras überwacht. Solange sie ruhig ihre Bahnen ziehen, ist erfahrungsgemäss auch ihr Gesundheitszustand in Ordnung. Hier im kalten Wasser Nord Norwegens ist die Sterblichkeitsrate im Netz geringer als im Süden des Landes, erklärt mir Roger. Unser Drehort wurde vermutlich nicht zufällig gewählt. Welche Krankheiten kommen in Norwegen vor? Es gibt die Pankreas-Krankheit, eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse. Aber hier im Norden gibt es die nicht. Allerdings haben sie im südlichen Teil Norwegens sehr damit zu kämpfen. Die Fischsterblichkeit zu verringern, ist eines der wichtigsten Ziele der Zuchtlachsindustrie. Es gibt heute schon so viele gute Impfstoffe. Die Fischindustrie ist ja gerade mal 50 Jahre alt. Wir sind also noch mittendrin, immer neue und bessere Impfstoffe zu entwickeln. Wie lange soll die Lernphase denn noch dauern? Sollten wir nicht erst Lösungen parat haben, bevor wir auf Kosten von Tieren einfach ausprobieren? Egal ob unter oder über Wasser? Sollten wir nicht endlich damit aufhören, Geschöpfe gewaltsam der effizientesten Haltungsform anzupassen? Wann begreifen wir, dass wir einen angemessenen Preis für tierische Lebensmittel zahlen müssen? Dabei bezahlen wir doch ohnehin schon. Die Massentierhaltung an Land produziert unter anderem Unmengen an Gülle. Das wiederum verpestet unsere Böden und macht Trinkwasser bald empfindlich teuer. Was die intensive Landwirtschaft angeht, findet langsam ein Umdenken statt. Doch wann rücken Fische und die ach so saubere Aquakultur bei uns in den Fokus der Öffentlichkeit? In Norwegen gibt es bereits eine breite zivile Front gegen die Zuchtlachsindustrie. In der Nähe von Bergen bin ich mit den Umweltaktivisten Ruben Odekalf von der Organisation Green Warriors of Norway und Röne Jensen von Salmon Camera verabredet. Beide Organisationen kämpfen seit Jahren für ein gesundes, marines Ökosystem und für die wilden Lachse. Kann man die Massentierhaltung an Land mit der unter Wasser vergleichen? Eine Lachsfarm verschmutzt die Umwelt noch viel mehr als eine Hühnerfarm. Wenn man den Zuchtlachs selbst betrachtet und die schlechten Haltungsbedingungen für den Fisch, kann man das sehr wohl mit der Massentierhaltung in einer Hühnerfarm vergleichen. Wir machen uns auf den Weg zu einer Lachsfarm in Björnerfjord. Eine Gegend, die laut den Umweltschützern oft von Krankheiten betroffen ist. Tatsächlich scheint hier etwas nicht zu stimmen. Ungewöhnlich viele Fische halten sich an der Wasseroberfläche auf. Sie springen. Bis zu 200.000 Lachse dürfen in Norwegen in einem Netz von 50 Metern Durchmesser gehalten werden. Bei einer so hohen Fischdichte können sich nicht nur Krankheiten, sondern auch Parasiten ideal vermehren. Die Seeläus zum Beispiel. Sie bereitet der Lachsindustrie massive Probleme. Wenn so viele Lachse in den Netzen springen, deutet das auf ein hohes Level an Seeläusen hin. Die Lachse juckt es extrem und weil sie sich nicht kratzen können, werfen sie sich auf die harte Wasseroberfläche. Seeläuse fressen sich in die Haut der Fische. Das schwächt deren Immunsystem. Wunden können sich leicht entzünden. Vier Seeläuse reichen aus, um einen jungen Lachs zu töten. Die Parasiten kommen auch in freier Natur vor. Jedoch müssen sie innerhalb von 30 Tagen einen neuen Wirt finden. Im offenen Meer ist das schwierig. Nicht aber in einer Farm. Das sind nicht nur Lachsfarmen, sondern auch Seelausfarmen. Was tun die Farmen gegen Seeläuse? Sie benutzen eine Menge Chemikalien, zum Beispiel Insektizide. Die sind extrem schädlich für die Umwelt. Behandelter Lachs darf nicht sofort geschlachtet werden. Die Wartezeit hängt von der Wassertemperatur ab. Bei 10 Grad kalten Wasser müssen sie ungefähr 14 Tage warten. Zurück im Norden bei Krieg Seafood. Für die gesamte Lachsindustrie des Landes ist der Parasit seit Jahrzehnten ein Milliardenproblem. Bis heute hat man kein wirkungsvolles Gegenmittel gefunden. Die Seelaus ist ein hochentwickelter Organismus, der schnell Resistenzen bildet und sich in Höchstgeschwindigkeit vermehrt. Jede Lachsfarm in Norwegen muss einmal pro Woche einen öffentlich einsehbaren Seelausstatusbericht abgeben. Erlaubt sind 0,5 Seeläuse pro erwachsenen Fisch. Exemplarisch werden hier 20 Lachse auf Läuse untersucht, aus einem Netz mit rund 200.000 Fischen. Benutzt ihr auch Chemikalien gegen die Läuse? Das müssen wir manchmal. Wir befüllen dann ein spezielles Brunnenboot mit Chemikalien, pumpen den Fisch in den Tank, sammeln die abgetöteten Seeläuse ein und befördern den Fisch wieder zurück ins Netz. Das verunreinigte Wasser leiten wir am Ende ins offene Meer ab. Was hat das für Auswirkungen für die Umwelt? Da kann man nie 100% sicher sein. Deshalb dürfen wir das Wasser auch nicht in den Fjorden entsorgen, wo sich viele Wildfischer aufhalten. Ist das nicht ein völlig unkalkulierbares Risiko für das marine Ökosystem, das hier von der Zuchtfischindustrie in Kauf genommen wird? Giftige Chemikalien, die das Meer verschmutzen. Krankheiten und Parasiten, die sich ungehindert in den Fjorden ausbreiten. Die Ozeane sind der grösste Lebensraum unseres Planeten. Sie sind unsere bedeutendsten Sauerstoffproduzenten und wichtige CO2-Speicher. Sie stabilisieren unser Klima. Doch wir zerstören das Gleichgewicht in den Weltmeeren und bringen damit uns und alle anderen Lebewesen in Gefahr. Unser Fischkonsum hat Konsequenzen. Auch in Norwegen kehren immer weniger Wildlachse in ihre Heimatflüsse zurück. Es sind atlantische Lachse, die hier das Licht der Welt erblicken. Genau wie ihre pazifischen Verwandten verbringen auch sie die meiste Zeit ihres Lebens im Ozean und kehren nur zum Leichen an den Ort ihrer Geburt zurück. Manche atlantische Lachse können bis zu 25 Kilogramm schwer werden. Die Kraftpakete schaffen es, auf ihren Wanderungen Hindernisse von zwei Metern zu überwinden. Doch gegen ein Hindernis sind auch sie machtlos. Fischfarmen. Hier infizieren sie sich häufig mit Krankheiten oder Parasiten und verenden, bevor sie sich fortpflanzen können. Röne Jensens Organisation Salmon Camera hat ausgerechnet, dass der Wildlachsbestand des Landes innerhalb der letzten 30 Jahre um über 80 Prozent zurückgegangen ist. Auf heute nur noch 500.000 erwachsene Tiere. Ich bin wirklich wütend auf meine Regierung, weil sie die Praktiken der Fischfarmen erlaubt. Was passiert, wenn der Bestand noch weiter zurückgeht? Weniger Lachsrückkehrer bedeuten weniger Babys und damit noch weniger Rückkehrer. Irgendwann kollabiert der Bestand eines Flusses. Aber dieser Punkt ist noch nicht erreicht. In einigen Flüssen schon. Auch, weil jedes Jahr mindestens 500.000 Zuchtlachse aus den Netzen der Farmen entkommen. Diese wandern instinktiv ins Süßwasser. In Norwegens Flüssen gibt es inzwischen genauso viele Zucht wie Wildlachse. Eine hochbrisante Mischung. Besonders stark betroffene Flüsse werden mittlerweile von Behörden abgesucht. Ist ein Fisch eindeutig als Zuchtlachs erkennbar, wird er getötet. Der Grund? Zuchtlachse sind bulliger und aggressiver als ihre wilden Verwandten und setzen sich bei der Paarung häufig durch. Doch Farmlachse werden für den Teller gezüchtet und nicht für die Wildnis. Nachkommen der Kreuzungen haben nur geringe Überlebenschancen. In diesem Fluss wird jetzt auch Wildlachs eingesammelt. Ein DNA-Test mit Hilfe seiner Schuppen schließt Irrtümer über die Herkunft des Fisches aus und bestimmt gleichzeitig seine exakte Geburtsregion. Informationen, die man in der Genbank Hadangerfjord dringend benötigt. Ich bin mit dem Leiter der Einrichtung, Sven Helge Pedersen, verabredet. Die Genbank ist seit 2015 in Betrieb. In jedem Becken wächst eine kleine Lachsfamilie heran. Norwegens Wildlachse haben sich jeweils auf einen bestimmten Fluss und seine Gegebenheiten spezialisiert. Eine genetische Anpassung, die bereits vor mehr als 8000 Jahren stattgefunden hat. Wir sorgen dafür, dass die einzigartigen Gene erhalten bleiben. Das müssen wir machen. Die Situation in den Fjorden ist wirklich schlimm. Wegen der Zuchtfischindustrie. Wer bezahlt für die Genbank? Die Behörden? Die Regierung? Warum bezahlen nicht die Zuchtfarm dafür? Gute Frage. Weil sie es leugnen. Sie leugnen die Probleme. Sie leugnen, dass sie für die Probleme verantwortlich sind. Für die Babylachse des Granvin-Flusses ist heute ein besonderer Tag. Sie werden in die Freiheit entlassen. In ihren Fluss. An dieser ruhigen Stelle werden wir die jungen Lachse jetzt aussetzen. Sie sind an die Gegebenheiten des Granvin bestens angepasst. Seine Temperatur, die Fließgeschwindigkeit, seine geologische Struktur. Rund drei Jahre werden die Lachskinder in ihrem Fluss verbringen und sich von Insektenlarven und Plankton ernähren. Sobald sie eine Größe von gut 15 Zentimetern erreicht haben, wandern sie Richtung Ozean. Auf ihrem Weg in den offenen Ozean müssen die kleinen Lachse an rund 60 Fischfarmen vorbeischwimmen. Und bei ihrer Heimkehr, Jahre später, noch einmal. Wie optimistisch bist du, dass du die kleinen in voller Größe wieder siehst? Nicht besonders, wenn ich daran denke, was heute im Fjord los ist. Was du hier machst, ist eigentlich der Kampf David gegen Goliath. In vielerlei Hinsicht ist das so. Das Schlimmste ist, dass wir nicht nur den Lachs verlieren. Mit ihm verlieren wir auch das Wissen darum, wie man einen Fluss pflegt und bewirtschaftet. Und wie wertvoll unsere Lachse einmal für kleine Gemeinden wie mein Heimatdorf waren. Die Zuchtlachsindustrie scheint in Norwegen heute weitaus wichtiger zu sein als die letzten Wildlachse. Nach Erdöl ist die Lachssucht der bedeutendste Wirtschaftszweig des Landes. Die Gewinnspannen sind enorm. Auch, weil das Futter immer billiger wird. Denn der Raubfisch wird zum Vegetarier umerzogen. Statt mit teurem Wildfisch werden die Lachse in den Farmen heute hauptsächlich mit pflanzlichen Rohstoffen wie Soja gefüttert. Nur noch ein Viertel ihrer Nahrung besteht aus Fischmehl und Öl. In Zeiten globaler Überfischung ist das auch durchaus sinnvoll. In freier Wildbahn ziehen Lachse ihre Nährstoffe vor allem aus Krebstierchen. Diese färben auch ihr Fleisch in der markanten Farbe. Bei so viel Soja, wird das Fleisch überhaupt noch rosa? Wir setzen künstlich eine Farbe zu. Das Futter wird mit einem natürlichen Farbstoff versetzt und wenn der Fisch das frisst, wird er rosa. Normale Lebensmittelfarbe also? Ja, genau. Carotin oder sowas. Im Akkord werden die Lachse zur Schlachtreife gebracht. Nach maximal 18 Monaten im kalten Nordmeer haben sich die Tiere rund 5 Kilo angefressen und gehen jetzt auf die letzte Reise ihres Lebens. In die Schlachterei. In diesem Becken werden gleich 30.000 Lachse über ein Rohr in die Fischfabrik gesaugt. Eng aneinander gedrängt. Den Stress der Tiere kann man sich vorstellen. Per Kiemenschnitt werden die Fische getötet. Allein in dieser Fabrik werden bis zu 200 Tonnen Lachs pro Tag verarbeitet. Etwa drei Viertel der Ware landet in den Frischetheken europäischer Supermärkte. Fisch ist populär. Knapp 14 Kilo ist jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Lachs ist dabei einer der beliebtesten Speisefische bei uns. Er stammt fast ausschließlich von norwegischen Zuchtfarmen. Seit einiger Zeit entbrennt eine neue Diskussion um den Lachs. Der Auslöser? Eine Chemikalie namens Etoxiquin. Ein Konservierungsstoff, für den es im Tierfutter einen strengen Grenzwert gibt. Mit einer einzigen Ausnahme. Fischfutter. Die Chemikalie steht im Verdacht, das Erbgut zu schädigen und den Leberstoffwechsel zu verändern. Seit Jahren wird Etoxiquin in Fischprodukten aus Supermärkten nachgewiesen. In einer Greenpeace-Studie vom Dezember 2016 wurden über 50 Lachsprodukte auf die Chemikalie hin untersucht. Das Ergebnis? Alle Proben aus konventioneller Zucht sind belastet, zum Teil hoch. Studien aus Folgejahren zeichnen dasselbe Bild. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, hat reagiert. Und es wurde beschlossen, die Chemikalie im Fischfutter zu verbieten. Die Sache hat nur einen Haken. Es gilt eine Übergangsfrist. Vermutlich bis Sommer 2020. Das bedeutet, dass Restchargen von Fischfutter mit Etoxiquin noch verwendet werden. Und? Aktuell legt der EFSA eine neue Studie seitens der Futtermittelindustrie vor, die Etoxiquin als unbedenklich einstuft. Dieser Sachverhalt wird gerade geprüft. Es kann also gut sein, dass alles weitergeht wie bisher. Studien von Seiten der Industrie zur Unbedenklichkeit einer Chemikalie, die sogar als Pflanzenschutzmittel längst verboten wurde? Das ist verantwortungsloser Lobbyismus. Werden wir als Verbraucher überhaupt noch ernst genommen? Sind denn wirtschaftliche Interessen wichtiger als sichere und gesunde Lebensmittel? Die gut geölte PR-Maschine seitens der Zuchtlachsindustrie scheint zu funktionieren. Doch es gibt auch Hoffnung. Überall regt sich Widerstand gegen die Fischfarmen. Zum Beispiel im Broaden Archipel in Westkanada. Hier haben unermüdliche Proteste, initiiert von den First Nations, dazu geführt, dass etliche Farmen das Archipel bis 2023 verlassen müssen, weil sie nachweislich die Umwelt schädigen. Die Welt wird eine bessere, wenn man den indigenen Weisheiten folgt. Nimm nur das, was du wirklich brauchst. Auch wir können uns für bewussteren Konsum, besseren Umweltschutz und mehr Nachhaltigkeit entscheiden. Solange es noch ein paar Lachse gibt, habe ich Hoffnung. Die Leute begreifen langsam, dass das ein Riesenproblem ist. Auch wir können aufmerksamer sein und darauf achten, woher der Fisch kommt, den wir essen. Man kann etwas Falsches nicht richtig machen. Und offene Netze sind falsch. Geschlossene Kreislaufanlagen an Land sind eine Alternative. Weltweit gibt es bereits Pilotprojekte. Die Massentierhaltung unter Wasser ist angezählt. Das sind gute Nachrichten für die Ozeane und ihre Bewohner. Doch auch die Quellen der Meere müssen geschützt werden. Unsere Flüsse. Inzwischen beginnen wir zu verstehen, dass es ein Fehler ist, sie an ihrem natürlichen Lauf zu hindern. Engagieren wir uns für den Rückbau von Dämmen und Wehren, für die Renaturierung unserer Flusslandschaften. Wenn du als Konsument vor dem Kühlregal deines Supermarktes stehst, musst du in Zukunft eine andere Entscheidung treffen als heute. Wir haben es in der Hand, was auf unserem Teller landet. Statt zum Lachs kann man auch mal zur Gurke greifen. Wir haben heute so viele Nahrungsmittel zur Auswahl wie keine Generation vor uns. Immer verfügbar, immer direkt vor unserer Nase. Wir müssen nur zugreifen. Und genau hier treffen wir die gesunden und ungesunden Entscheidungen. Die Auswahl ist groß genug. Das muss ja nicht immer Lachs sein. Die Menschheit zeigt gerade, wie schnell sie sich umstellen kann. Warum probieren wir das nicht auch mal beim Essen? Gehen, wie möglich genug ist. Untertitelung des ZDF, 2020